Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei mir, der Karo und Summoner's War. Das neue Update bzw. die neuen Buffs sind ja draußen jetzt schon seit ein paar Tagen. Ich glaube Mittwoch ist es rausgekommen und ich habe ja seit Mittwoch kein Video gemacht. Aber ich möchte natürlich mein Fazit dazu abgeben. Vanessa, was ist mit dir? Die ist genauso crap wie vorher. Also Cooltime war uns ja allen klar, aber das ist so krass. Also die Cooltime ist einfach nur sowas von krass viel, was ich kann es nicht verstehen. Ich kann es aber nicht nachvollziehen. Was soll das bringen? Ich meine, ich habe ja schon die Skillups alle drin, weil, wie gesagt, zweites Net5, was ich jemals gezogen habe. Und ja, natürlich gingen da damals die Skillups natürlich rein. Ja, jetzt denke ich mir, gut, warum hast du das damals getan? Aber damals war sie für mich gut, weil ich nichts anderes hatte. So, und deswegen habe ich natürlich hier Skillups gegeben. Und ja, sechs Runden? Ehrlich? Come to us! Warum? Sechs Runden? Cooltime? Das Monster, ja, ich sage mal so, drei Monster von euch sterben. Ein Monster kommt wieder mit 30% HP und es ist tatsächlich nur, es ist einfach dann gleich down. Man kann es ja auch nicht aussuchen, ja, welches Monster irgendwie stirbt oder nicht. Ich mache euch das Ganze jetzt hier auch in diesem Video vor. Und ich bin sowas von extrem wirklich enttäuscht. Echt extrem enttäuscht. Info für euch noch. Nebenbei, abgesehen von Food Vanessa, ja, Food Vanessa, ich habe schon viel Kommentare gelesen hier mit Lager Crab oder Verfuden, ja, in Kami oder whatever. Das natürlich nicht macht, nicht Verfuden. Vielleicht kommt ja nochmal ein Buff in zwei Jahren oder so, ich weiß es nicht. Aber nur zur Info, während des Videos wird immer mal ein paar, also immer mal ein paar Gewinner hier eingeblendet. In dem, im nächsten, im übernächsten. Und auch in, also wenn ihr unten in den Kommentaren halt schreibt, wie gesagt, ein Like gebt. Ähm, auf das Video, auf das jeweilige Video, die ich jetzt die nächsten Tage natürlich hochlade, habt ihr natürlich trotzdem die Chance, diesen Jade Drachen noch zu gewinnen. Keine Angst, ich habe noch ein paar Codes. Ich habe zwar viele, echt viele, ich habe echt, echt viele bei Twitch schon verlost. Ähm, am Donnerstag, im Donnerstag Stream. Aber ich habe natürlich für YouTube noch welche aufgehoben. Und ja, so habt ihr noch natürlich die Möglichkeit hier was zu gewinnen, beziehungsweise bei Robbe. Oder auf Facebook, offizielle Facebook-Seite Summoners War. Ähm, da werden 150, ähm, Codes, beziehungsweise, ja, die Drachen, ja, Dragons im Prinzip auch verlost. Ich werde euch unten in der Videobeschreibung natürlich, falls jemand natürlich diese Seite nicht kennt, was ich nicht glaube, trotzdem verlinken. Da kommt ihr auch zu dem Gewinnspiel, genauso wie zu Robbes Kanal natürlich, werde ich auch unten rein verlinken. Im Prinzip sind ja alle eine Community, ein Team und deswegen verlinke ich das natürlich, okay? Damit ihr alle die Möglichkeit habt, weil ich würde es euch eingönnen und jeder soll es bekommen. Aber leider nicht möglich, so viele Codes gibt es einfach nicht. Aber okay, gehen wir weiter. Vanessa, ja, ähm, ich, ich weiß nicht, also, was das, was das soll. Da könnte ich sie so gut ruhen, wie ich will. Ja, dann würde der Deathbreak, der die zweite Attack auch noch mehr reinhauen, ja, und die erste. Aber trotzdem ist es, weiß ich nicht, ja, wir suchen uns jetzt mal hier ein Team. Ähm, ich habe noch keine Arena gespielt jetzt die Woche. Ich hatte keine Zeit, ich war nur am Arbeiten. Es ist, äh, aber meine Defense, Leute, meine Defense. Was ist da los? Ja, gut, der Rang, ne, ist klar. Aber wie gesagt, ich hatte keine Zeit und auch ehrlich gesagt nicht so viel Lust hier in der Arena rumzudaddeln. Ähm, werde ich aber jetzt heute, ja, heute, ja, könnte ich mal anfangen, äh, mal ein bisschen Arena zu spielen, dass ich wenigstens, ja, bis Sonntag Gold 1 oder Gold 2 komme. Ähm, ohne zu rushen oder irgend sowas. Ähm, aber okay. So, was haben wir denn hier so drin? Wir brauchen jetzt mal was Schönes, äh, damit Mama unsere Vanessa zeigen kann, können, wie crappy die ist. Haben wir vielleicht hier irgendwo so ein, so ein typisches Lucian Team oder whatever, whatever Lucian Team, please, hallo? So, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob sie das überleben. Wir nehmen natürlich, ähm, hier Vanessa nie 33%. Diese drei Monster sind nicht geruhnt, die haben keine Runen hier drauf. Ähm, also Katharina, natürlich unser gebuffter Wurfelmagier, der gar nicht so schlecht ist. Wie gesagt, natürlich nichts gegen Light Anubis, ja, weil ziemlich lucky hier mit der letzten, äh, mit der Wiederbelebung. Ähm, entweder es klappt und es kommen alle wieder, ja, je nachdem, wie hoch natürlich die Würfelanzahl ist, ja, umso mehr EHP haben natürlich die Monster, die wiederbelebt werden. Oder es kommt gar keiner wieder, ja, wenn kein Pasch gewürfelt wird. Deswegen ziemlich lucky, hm, ob man das unbedingt jetzt benutzen sollte, diesen Würfelmagier, hm, bin mir nicht so sicher. Dann würde ich eher so eine safe Variante nehmen und lieber einen Brian, der vielleicht nur einen oder so Monster oder so wiederbeleben kann. Aber, äh, dann ist es wenigstens sicher, dass es wiederbelebt wird. Äh, ja, die Kung Fu hat natürlich auch keine Runen. Es geht nur darum, damit ihr halt seht, ich hoffe natürlich, der Lucian benutzt natürlich seine dritte Attack jetzt. Okay, er kann auch die zweite benutzen, die fallen eh alle um, ja. Ähm, und unsere Vanessa überlebt das kurz, um einfach mal vorzumachen, wie crappy die Sache ist. Es ist einfach, ja, jetzt brauchen wir nicht mehr einen Zug kommen mit Vanessa. Es ist jetzt eine passive, ja, dass die Wiederbelebung kommt. Aber es ist, es ist so sinnlos. Es ist wirklich so krass. Warum sind wir zuerst dran? Egal, macht ihr keinen Damage. Sehr, warum? Ah, jetzt haben wir das, jetzt haben wir es nicht vorgemacht, ja. Jetzt kam das, jetzt kam der Typ wieder. Ja, klasse, ja, mit seinem normalen Angriffsbalken, ja, den er auch vorher gehabt hätte. Hier, können wir mal das hier machen. Bam! Stunt! Drei Stunts! Drei Stunts, Leute! Drei Stunts! Ja, nullruhen, drei Stunts. Sehr geil. Okay, kommen wir vielleicht doch über diese sechs Runden? Diese geilen sechs Runden? Ich bin mir nicht so sicher. Äh, nein, wir kommen nicht über die sechs Runden. Ja, war klar, war klar. Das müssen wir nochmal machen, ja. Wir greifen den nochmal an. Und der Lucian muss jetzt seine letzte benutzen, okay? Der benutzt jetzt, ist egal, wenn wir hier zweimal verlieren. Aber wir haben jetzt mal ein Lucian-Team. Ich finde sonst hier keine Lucian-Teams. Ja, ich habe schon zweimal refreshed die Liste. Ich möchte ja ein Lucian-Team, um einfach mal zu zeigen, wenn alle umfallen, ja, außer Vanessa. Äh, das ist so sinnlos. Wenn wenigstens alle Monster wiederkommen würden, ja, dann wäre es auch schon komisch, ja. Ja, weil im Prinzip fallen sie dann danach um. Aber vielleicht hat man ja, weiß ich nicht, äh, eine schlecht gerundete Jasun mit oder sowas, ja. Jetzt passt auf, ein Monster kommt wieder. Man kann sich jetzt auch noch nicht mal aussuchen, welches Monster, ähm, jetzt wiederbelebt wird. Ja, was ist denn, wenn ich das andere hätte gerne gewollt, ja. Was vielleicht noch irgendwas retten könnte. Nix ist da. Nix. Gar nix. Oh, schade. Jetzt können wir nicht nochmal mit dem Würfel ausprobieren. Schade, schade. Dann probieren wir natürlich auch aus. In den nächsten Wochen werde ich ihn natürlich auch austesten. Äh, besser als diese Vanessa. Ganz im Ernst, die ist einfach nur... Die ist einfach nur da. Sie... Die Vanessa... Ganz im Ernst, die ist... Die ist einfach nur da. Und ich finde das an sich einfach nur sinnlos. Es ist... Mit Vanessa zu spielen, das hat überhaupt keinen Sinn. Ja, der Speedlead, mega geil. Ja, war er auch schon davor. Trotzdem haben wir so viele Monster, die vielleicht nur 24% Speedlead haben. Aber die ordentlich Attacks haben. Die wirklich ordentliche Attacks haben. Ähm, natürlich, wenn jetzt jemand kein Speedlead hat und nur eine Barretta oder sowas Fusion ist, würde ich natürlich sagen, hey, komm, nimm mal als Lead mit, ja. Macht ein bisschen Damage. Ähm, oder baut Tanky. Gibt es ja auch zwei Varianten. Entweder man baut Tanky oder man baut halt auf Damage. Ähm, ist jedem seine Sache. Aber ich hätte mich so aufregen können. Ich habe mich so gefreut auf diesen Buff einfach. Ich habe mich einfach so gefreut und dann ist einfach nur so Crap. So, morgen. Morgen Rune Removal. Ich hoffe, ihr habt alle schon eure Rune aussortiert. Natürlich Vorbereitung. Rune Free Rune Removal. Morgen vergesst das nicht, ja. Nehmt euch den Samstag natürlich Zeit. Werde ich natürlich hier mein Dover noch ein bisschen besser ruhen. Ich liebe ihn jetzt. Ich liebe ihn. Ich habe in Guild War so viel jetzt mit ihm gespielt. Im Realtime Arena habe ich noch nicht mit ihm gespielt. Sein Comeback kommt noch, ja. Wenn er ein bisschen bessere Rune hat. Er ist noch auf 5 Star, noch nicht auf 6 Star. Deswegen die niedrige HP hier und so. Ähm, aber was ich gesehen habe, HP Wert und Defense Wert ist nicht schlecht. So wie auch Speed Wert. Also der Speed Wert, der Grundspeed Wert ist auch nicht schlecht, ja. Also wirklich sehr nices Monster. Bei der Erweckung hat nochmal 25% Rest bekommen. Ich habe jetzt erstmal Swift Rune drauf, Swift Broken. Vielleicht finde ich auch noch sowas wie Swift Shield oder irgend sowas. Ja, wenn ich vielleicht Tanki baue oder wie auch immer mal gucken. Hier sind auch noch nicht maximal geabbt. Aber die Rune bleiben auch nicht drauf. Die sind bis morgen drauf und dann kommen da andere. Weil ich mag ihn. Ich mag ihn wirklich. Mit einem Theomars, mit einem Luschen. Ich habe sogar mit Lukas. Ich habe voll Licht-Team schon mit ihm gemacht. Also mit hier, mit Dover. Ich liebe dieses Monster. Das hat einen geilen Buff bekommen. Nicht diesen sinnlosen Passi, was er vorher war. Also einfach nur ein mega, mega geiles Monster. Kann man echt nichts anderes dazu sagen. Überhaupt nicht. Also einen geilen Buff bekommen. Corona morgen, auch morgen, werde ich auch ein paar Rune geben. Werde ich vielleicht, wenn ich es schaffe, weil ich ja morgen noch streame. Um 15 Uhr auf Twitch. Ich habe erst 15.30 Uhr gesagt. Dadurch, dass wir so einen krassen, krassen Stream am Donnerstag hatten, wo ich nochmal ein großes Dankeschön da lasse. Werde ich Ihnen auch morgen natürlich auch ein paar Rune geben und vielleicht noch ein Video machen. Hier mit seinem Strip. Leider habe ich hier keine Skill-Ups, full Skill-Ups. Also hier, aber okay. Im Prinzip wäre es nur Schaden und eine Runde Abklingzeit. Aber okay. Müssen wir mit leben. Ist halt so. Hier habe ich noch einen Orion, der noch drauf geht. Aber ansonsten habe ich keine Skill-Ups für ihn, weil alle Skill-Ups sind in Gemini reingegangen davor. Und ja, jetzt ist Corona geil an sich. Vielleicht. Wir wissen es noch nicht. Wir wissen es noch nicht. Und den Würfler werden wir im Laufe der Wochen auch mal testen. Mal gucken. Wer zum Beispiel einen Lichtlicht hat, einen guten Lichtlicht. Six Star, Full Skill-Ups, Kulugun oder so, kann sich gerne bei mir melden. Ich habe leider kein Lichtlicht, weil er soll ja gar nicht so schlecht sein. Er soll recht gut sein. Auch Chandra soll recht gut jetzt sein. Habe ich natürlich nicht ausprobiert. Mein Chandra ist immer noch im Lager. Wie gesagt, ich habe zu viele Baustellen. Ich habe mich jetzt erstmal in Dover verliebt. Erstmal nächste Baustelle ist Dover und Corona. Werden wir sehen. Aber mein Chandra ist halt... Wo ist mein Chandra? Hier. Ist halt hier im Lager. Und ja. Habe eh keine Devil-Mons wie ihn. Also deswegen, warum soll ich ein Monster bauen, wo ich eh keine Devil-Mons habe? Okay. Okay. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zugucken. Haut an Ei. Und ja, Vanessa. Vanessa! What? Also mein Kind nenne ich auch nicht mehr Vanessa. Ganz im Ernst. Nein, Spaß. Okay, danke fürs Zugucken. Haut an Ei. Viel Spaß. Und tschu. Tschüss. 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 Vielen Dank.